Musik Hier noch diese Stelle zeigen, wir werden in einem Moment das Opfer einziehen. Diese Stelle hier in Lukas 6, Lukas 6 und Vers 38, ist so eine gewaltige Stelle. Schau mal an, was Jesus hier gesagt hat. Jesus sagt, gebt, so wird euch gegeben werden. Und dann beginnt er auszuformulieren, wie. Okay? Also der erste Teil ist das Was. Und der zweite Teil ist das Wie. Wie wird uns gegeben werden? In einem guten oder ein gutes, voll gedrücktes. Gerütteltes und überfliessendes Mass wird man in euren Schoß schütteln. Pack mal deinen Nachbarn und schüttle ihn. Rüttle ihn. Und drücke ihn. Das gilt nur für die Männer und Ehefrauen. Ja, schon spät. Sorry. Voll gedrückt. Gerüttelt. Überfliessend. In unserem Schoß. Ist das nicht eine gewaltige Bibelstelle? Das sind die Worte des Herrn, des Herrn Jesus. Denn er sagt, mit diesem Mass, mit demselben Mass, mit dem ihr anderen zumisst, wird euch wieder zugemessen werden. Mit anderen Worten, gebt, so wird euch gegeben. Ihr gebt in dem Mass und es wird in dem Mass euch wieder gegeben werden. Ist das nicht gewaltig? Und darüber hinaus, nicht nur in dem Mass bleibend, sondern, siehst du, das ist Gott. Siehst du, hier sind zwei Teile. Wir geben unseren Teil. Wir geben, sehen unseren Teil. Wir werden gemäss unserem Teil, dem wir gegeben haben, werden wir ernten. Aber jetzt hört es nicht auf. Das ist die menschliche Ebene. Und jetzt kommt Gott ins Spiel. Denn er sagt, darüber und darauf und darüber hinaus, kommt er. Mit geschüttelt, gerüttelt, klingt wie Martini. Geschüttelt, gerüttelt, vollgedrückt, ein gutes, vollgedrücktes, gerütteltes, überfliessendes Mass, wird man in euren Schoß. Siehst du, Überfluss, wir können Überfluss nicht produzieren. Wir können das geben, was wir haben, und dann kommt das zurück, was wir gegeben haben, und jetzt kommt Gott ins Spiel. Er kommt ins Spiel und er gibt darüber hinaus. Denn sonst wäre es nur geben und nehmen. Aber so wird es geben und nehmen im Überfluss. Das heisst, er kommt ins Spiel aufgrund von dem, was wir gegeben haben. Und dann ist es immer mehr. Dann ist es immer mehr. Die Bibel redet von 30, 60, 100-fältig sollen wir empfangen. Nun, wir werden nicht immer alles 30, 60, 100-fältig empfangen. Aber da ist dieses Element vorhanden, wo wir so viel mehr empfangen werden, aufgrund dessen, was wir gegeben haben. Jesus bestätigt uns hier dieses Prinzip. Und ist es nicht wunderbar, all diese Superlativen hier? Ich meine, das sind, eine übertrifft die andere. Eine übertrifft die andere. Dass überhaupt solche Wörter in der Bibel vorkommen. Dass überhaupt solche Wörter in der Bibel vorkommen. Das ist gewaltig. Voll. Voll. Das Wort voll. Voll gedrückt. Das Wort gerüttelt. Wenn du jemandem fragst, denkst du, dass diese Worte in der Bibel vorkommen, würden sie sagen, ich denke nicht. Die Bibel ist doch sehr konservativ. Die Bibel ist doch so, wie der Papst redet. Das ist die Bibel. Das ist die Bibel. Also, ganz nüchtern, überlegt. Ja, schon herzlich. Aber das Neue Testament, das Alte Testament, brutal. Das ist ein Teil der Bibel, den die Menschen nicht kennen. Geschüttelt und gerüttelt. Halleluja. Geschüttelt und gerüttelt. Geschüttelt und ge... Wo ist das andere Wort? Keine Ahnung. Auf Englisch. Ist das nicht cool? Voll gedrückt. Gerüttelt. Überfließ. Überfließendes. Wow. Das beschreibt, wie unser Gott ist. Das beschreibt das Wesen unseres Gottes. Überfluss. Halleluja. Preis der Werner. Ich habe euch letztes Mal gesagt, nein, vor zweimal habe ich euch gesagt, dass wir von jetzt an wieder jeden Sonntag unser Bekenntnis sprechen werden. Amen. Jeden Sonntag werden wir unser Bekenntnis sprechen für die Amortisation, für das, was uns der Herr hier gegeben hat. Wir hatten das lange Zeit aufrecht gehalten während der Bauphase. Und jetzt haben wir das ganz neu aktiviert. Sonntag für Sonntag sprechen wir Gunst. Amen. Sonntag für Sonntag. Und ich habe euch gesagt, wir feiern jeden Franken, der reinkommt, für diese Amortisation. Okay? Denn vor zwei Wochen haben wir 2000 Franken empfangen für die Amortisation. Und ich sagte, wir feiern jeden Franken. Wenn 2000 Franken reinkommen, dann feiern wir 2000. Wenn zwei Franken reinkommen, dann feiern wir zwei Franken. Amen. Weil der Herr unser Versorger ist. Nun, letzte Woche kamen 5000 rein. Amen. 5000. Weisst du was? An dieser Stelle ist es jetzt gut zu sein. Denn das gerüttelt, geschüttelt und überfliessend beginnt erst. Für diese Stelle dort. Halleluja. Und wir feiern jedes, siehst du, jede Woche wollen wir ab jetzt dem Herrn dankbar sein. Amen. Weil für uns ist nichts selbstverständlich. Für jede Woche. Und hey, innerhalb von 14 Tagen kommen wir von rund 200 auf fast 190.000 runter. Ist das nicht gewaltig? Ja? Ist das nicht gewaltig? Innerhalb von 14 Tagen. Boom. Denn so verbleiben etwa noch 193.000 für unsere Restamortisation. Weil ihr wisst, wir haben dieses Jahr, das steht in unserer Broschüre, in dieser Gebäudeamortisationsbroschüre, wir haben über 300.000 zu amortisieren, das grösste Jahr überhaupt. Wir schnallen überall, wo es geht, den Gürtel länger. Und sparen überall ein, wo wir können. Und trotzdem bleibt es ein Brocken. Okay? 100.000 konnten wir schon bezahlen, also über 100.000. Und jetzt verbleiben noch etwas mehr als 190.000. Glauben wir das bis Ende Jahr, dass wir da auf Null sind. Amen. Lass uns zusammen aufstehen, das ist unser Bekenntnis. Zuallererst danken wir dem Herrn für dieses Haus. Amen. Wir danken ihm für das, was er uns gegeben hat, dieses Haus. Und ein Haus muss auf Boden, also auf Land stehen. Und für das danken wir ihm. Halleluja. Vater, wir danken dir. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Danke für dieses Haus. Danke für dieses Land. Danke, danke, dass du es uns gegeben hast. Danke du, dem Herrn, mit deinen Worten. Weil sonst würden wir nicht hier sitzen, jeden Sonntag. Thank you, Jesus. Danke, Vater. Für das, was du uns anvertraut hast. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke für all das Gute. Weisst du was? Der Herr wird dein Haus bringen. Der Herr wird dein Grundstück bringen. Dein Haus und dein Land wird kommen. Amen. Und dann, was passiert hier bei uns in der Grace Family Church? Schulden werden getilgt. Schulden werden getilgt. Hypotheken reduziert und Geschäfte florieren. Alle Geschäftsmänner, es gibt keine Ausrufzeit. Keine Sommerflaute. Sondern eure Geschäfte florieren. Amen. Geschäfte florieren. Dann was haben wir? Ich habe finanzielle Gunst und ich bin ein Segen für andere. Faith speaks favor. Glaube spricht Gunst. Gottes Gunst in und über unser Leben aus. Preist im Herrn. Und ich freue mich auf weitere gute, gute Nachrichten in dieser Kategorie. Amen. Thank you, Jesus. Darf ich die Ordner bitten, die Körbe durch die Reihen zu geben? Es hat Einzahlungsscheine in den Körben. Dort könnt ihr einen nehmen und uns per Post oder Bank für die Amortisation etwas überweisen. Für diejenigen, die möchten, uns hier zu helfen. Und vor allem geschüttelt empfangen nachher. Amen. Rüttelt mal am Opferkorb. Ganz genau. Schüttelt mal den Opferkorb. Thank you, Jesus. So, in einem Moment werden wir hier mit harter Arbeit beginnen. Nein, es wird wunderbar werden. Vor ein paar Wochen, als wir... Oh, der Korb geht noch durch die Reihe. Ich rede einfach, okay? Vor ein paar Wochen, als wir unseren ersten Tag der offenen Tür hatten, und zwar für die Bibelschule Grace Academy, haben wir die verschiedenen Dozenten vorgestellt, plus ihre Klassen und Kurse. Und natürlich kann man nur einen Ausschnitt daraus nehmen und man kann ein Fragment zeigen, was alles in der Bibelschule noch kommt, okay? Und so haben wir alle verschiedene Dozentenschulleitungen vorstellen können, haben wir auch letzten Montag machen können, als wir den letzten Tag der offenen Tür hatten. Und die letzte Stunde hat dann Susanne Van Hees übernommen, denn sie wird eine Klasse teachen, also lehren, in der Grace Academy mit dem Titel Effektive Kommunikation, also Effective Communication. Und wir hatten diese letzte Lektion etwa um vier, vier bis so 20 vor fünf circa. Und das war so gut, was sie über Kommunikation gesagt hat, dass ich zu ihr kam und ich sagte ihr, hey, das muss die Gemeinde noch hören. Das muss einfach in etwa einer halben Stunde verpackt, etwas angepasst, auf heute Sonntagmorgen, das müssen unsere Ehepaare hören. Das muss man generell hören, wenn man an Beziehungen interessiert ist, okay? Ob man jetzt verheiratet ist oder ob man noch auf der Suche ist. Weil es so gut war, dass wir ein Verständnis haben, ein Grundverständnis von, was ist Kommunikation? Wie kommunizieren wir? Und wie kommuniziert man auf die richtige Art und Weise? Weil hier haben wir nie ausgelernt, okay? Wir lernen ein Leben lang vom oder über das Thema Kommunikation. Und das war so gut, dass ich dachte, hey, wir müssen das als Church, müssen wir das hören. Und an dieser Stelle möchte ich Susanne einfach hier nach oben bitten. Sie hat etwa 30 Minuten plus minus und sie wird euch zeigen. Und gebt ihr doch einen grossen Applaus. Sie wird euch anhand der von einem PowerPoint, wird sie euch einige Dinge hier offenbaren. Halleluja, okay, it's all yours. Ich freue mich total, heute hier sein zu dürfen, nochmal das Thema Kommunikation reinzubringen. Es ist ja schon immer spannend. Für mich ganz persönlich, ich bin einfach nur dankbar, dass es Ehe gibt. Ich habe lange darauf gewartet und bin happy, jetzt verheiratet zu sein. Ist Ehe nicht wirklich ein Geschenk des Himmels? Oder könnte es sein, dass es manchmal die Kommunikation ein bisschen schwierig macht? Und man wünscht sich, man müsste nicht kommunizieren müssen. Wir reden ja alle ziemlich viel den ganzen Tag. Worte, viele Worte. Und es gibt ja diese Aussagen, Frauen reden so viel und Männer ja nur so wenig. Dieses Klischee kann man gleich mal brechen. Eine Studie hat ergeben, dass wir in etwa gleich viel reden. Ich hoffe, die Männer sind jetzt nicht zu sehr geschockt. Im Durchschnitt alle 16, um die 16.000 Worte. Die Männer merken es vielleicht nicht und wir Frauen, ja, wir sind es gewohnt. Wir wissen, dass Worte eine große Wirkung haben. Und es ist eben nicht einfach nur, dass wir Worte sprechen, sondern sie wirken etwas. Jesus war das Wort und Gott sprach und es war. Und ganz einfach geschehen Dinge, wenn wir Worte sprechen. Es kommt also darauf an, was wir sagen. Wir können nicht einfach drauf losplappern und so von uns geben, was uns gerade so durch den Kopf schießt. Und es ist ganz wichtig, dass wir daran denken, wie viel Kraft im Wort ist. Und Mark Twain hat es auf den Punkt gebracht. Er sagte, der Unterschied zwischen dem richtigen Wort und dem beinahe richtigen Wort ist so groß wie der Unterschied zwischen einem Blitz und einem Glühbirmchen. Und dann wissen wir schon, wie gefährlich Kommunikation sein kann, wenn wir nicht ein bisschen wissen, um was es geht. Jetzt kommuniziert gerade jeder von euch mit mir. Die einen lächeln, die anderen schauen ganz erschrocken, andere ganz ernst. Jeder kommuniziert etwas zu mir. Das heißt, wir kommunizieren permanent und andauernd. Und wenn wir uns jetzt diesen jungen Mann anschauen, würden je nach Prägung, je nachdem, wo wir herkommen, die einen sagen, er betet Gott an, er macht Worship, er liebt Gott und ist ganz hingegeben. Und jemand anderer, der vielleicht nicht aus der Gemeinde ist, sondern mein Nachbar oder aus dem Dorf und ist gerade auch auf dem Berg und denkt sich, was ist das denn für ein arroganter Schnösel. Und dass dann Unfälle passieren in der Kommunikation, im Verständnis, ist ganz logisch. Missverständnisse sind an der Tagesordnung und diese Unfälle eben leider auch. Und auch in unseren Ehen leider. Und da können mein Mann und ich auch ein paar Lieder singen, aber wir haben einen Weg gefunden. Und den schauen wir uns heute auch an. Wir kommunizieren von klein an. Jeder weiß es, schon das kleinste Baby kommuniziert. Und dieser kleine junge Mann hat offensichtlich gerade ein Problem. Und jetzt, jede Mutter würde es anders interpretieren. Die eine würde vielleicht gerade ihm die Windeln wechseln, die andere würde sagen, er braucht was zu essen oder einfach nur Liebe und in den Arm genommen zu werden. Das heißt schon, die Interpretation ist nicht so ganz einfach. Und man stellt erst hinterher fest, ist es angekommen, was ich gemacht habe. War es genau das Richtige, was ich jetzt gedacht habe, dass es ist? Wir schauen uns jetzt das Wort Kommunikation ein bisschen genauer an und da entdecken wir ein paar wertvolle Schätze drin. Im Lateinischen heißt Kommunikation, Kommunikatio, das ist die Mitteilung. Das kennt erst mal jeder. Das hat jeder schon gehört und gesehen. Mitteilen wir, teilen wir uns mit. Das ist dann das Kommunikare. Und in unserer Kommunikation, wenn wir kommunizieren, lassen wir den anderen teilhaben. Wir nehmen ihn mit. Denken wir da immer dran, wenn wir miteinander reden? Oder plappert der eine und der andere schaut und denkt sich, naja, ist ja ganz nett und ist überhaupt nicht mit dabei. Ich glaube, gerade in der Ehe passiert das doch immer wieder mal. Und dann sind wir auf zwei völlig verschiedenen Feldern. Aber in dem Wort Kommunikare ist auch noch etwas ganz Wertvolles enthalten. Das Wort Vereinigen. Und wenn ihm jetzt eine Bibelstelle aufleuchtet, wo Jesus gebetet hat, denn das bedeutet Kommunikare, kommunizieren. Wir schauen uns Johannes 17, Vers 22 bis 23 an. Und hier hat Jesus in seiner letzten Stunde gebetet. Und es war nicht irgendein Gebet, es war ihm so wichtig. Und damit hat er uns einen Fingerzeig gegeben, wie wichtig kommunizieren ist miteinander. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Er hat uns die Herrlichkeit gegeben. Die Herrlichkeit des Vaters von Jesus ist auch schon in uns. Und nicht einfach nur, damit wir hier stehen und strahlen und so happy tun, sondern, dass wir wirklich eins sind. Und diese Einheit ist auch in unserem Reden, in unseren Worten, in unserem Miteinander enthalten. Und warum hat Jesus das gebetet? Warum war es ihm so wichtig? Damit die Welt erkenne, wer er ist, dass er gesandt ist, wer Jesus ist. Durch diese Einheit in unserer Kommunikation sieht die Welt Jesus. Und in diesem Augenblick müssen wir nicht mehr evangelisieren. Wir evangelisieren automatisch aus uns heraus. Unsere Ehen sind ein Beispiel für die Ehen unserer Nachbarn, unserer Freunde. Und unsere Worte zeigen Jesus. Und um das geht es doch die ganze Zeit. Das ist doch das Wichtigste. Und das ist dann eine Grace-Kommunikation. Wir kommunizieren Jesus. Wir zeigen Jesus in dem, was wir sagen, wie wir umgehen miteinander. Wenn wir mit diesem Einsein miteinander kommunizieren, dann sehen die anderen Jesus. Das ist diese vollendete Einheit, für die Jesus gebetet hat. Und jetzt probieren wir alle so zu kommunizieren, teilen uns mit, sprechen miteinander, meinen, wir waren wunderbar und gut im Gespräch, wir haben doch so toll erzählt. Und dann klappt es irgendwie nicht so. Der andere macht nicht das, was ich mir jetzt gerade vorstelle. Und dann wird es vielleicht ein bisschen schwierig. Und er sagt, und tschüss. Ich muss, er ist gedanklich, emotional gar nicht mehr dabei. Was haben wir in dem Moment vergessen? Wir haben nicht den Gesprächspartner mitgenommen, im Sinne von Kommunikare. Und wir haben nicht gemeinsam kommuniziert. Gemeinsam heißt, der andere muss nicht nur zuhören, sondern er interessiert mich auch. Wir lassen ihn teilhaben. Jetzt habe ich mich also ganz alleine auf meine Gesprächsreise begeben und bin hier abgezischt. Und der andere steht hier noch irgendwo ein bisschen hilflos und weiß so gar nicht, wo es hingeht. Das ist jetzt plakativ dargestellt. Aber so schaut es in ganz vielen Ehen dann aus oder auch in Gesprächen, die man in der Church führt oder mit Freunden. Und man wundert sich dann, wenn Dinge herauskommen, die nicht ganz so sind, wie man es sich gewünscht hätte. Denn jeder geht alleine seinen Weg jetzt. Wir sind nicht eins. Wir sind nicht zusammen. Sondern jeder düppelt allein vor sich hin. Und vor allem, es entsteht immer mehr Entfernung. Gedanklich ist der eine ganz woanders und wir treffen uns überhaupt nicht mehr an einem Punkt, wo Gemeinsamkeit möglich ist. In der Kommunikationswissenschaft hat uns ein Kommunikationswissenschaftler, Paul Watzlawick, einen Satz gesagt, der uns hier schon ein bisschen weiterhilft. Und er hat gesagt, ich weiß nicht, was ich gesagt habe, bis ich die Antwort meines Gegenübers gehört habe. Den Satz merken wir uns, da kommen wir später nochmal darauf zurück. Er hat, Watzlawick hat auch festgestellt, dass Kommunikation immer Ursache und Wirkung ist. Sie hat keinen Anfang, kein Ende und sie ist fließend. Wenn wir ein Gespräch einsteigen, meinen wir, jetzt beginnt die Kommunikation. Und das ist falsch. Das Gespräch war, die Kommunikation findet schon die ganze Zeit statt. Wir haben uns überhaupt nicht gesehen vielleicht, aber der andere hat von etwas gehört über mich. Und schon ist dieser Eindruck im Gespräch mit dabei. Also wenn wir meinen, wir fangen ein Gespräch jetzt gerade an, ist das subjektiv und ist überhaupt nicht der Realität entsprechend, denn der andere nimmt bestimmte Dinge mit und nimmt sie mit in das Gespräch. Also wundern wir uns dann manchmal nicht, wenn wir über das schöne Wetter geredet haben und hinterher ein Riesenstreit rausgekommen ist, weil der eine die Sonne sieht und der andere gerade die kommenden Wolken, die aufbrechen. Das heißt auch, auf jede Reaktion folgt eine Gegenreaktion. Das heißt, ich mache etwas und der andere reagiert drauf. Wir können nicht erwarten, ich kommuniziere in eine Richtung und dann findet der andere das gerade spaßig. Er wird immer reagieren. Egal, wie gut ich kommuniziert habe, wie schlecht. Er wird immer eine Reaktion haben. Und das sollten wir immer im Blick haben und da gibt es dann dieses Beispiel der Ehefrau, die sich beschwert, weil ihr Mann sich immer zurückzieht. Und dann der Mann ganz klar feststellt, No, 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 so ist es nicht. Ich ziehe mich nur zurück, weil meine Frau ständig nörgelt. Also, jeder hat eine eigene Perspektive. Was passiert? Die Frau nörgelt, er zieht sich zurück und weil er sich zurückzieht, nörgelt sie. Wir haben den ersten Kreis, das nennt man den Ursache-Wirkungskreislauf und in dem stecken wir drin, wenn wir kommunizieren. Das Gleiche gilt mit der Verhaltenskette. Auf jeden, wir haben gesagt, auf jeden Reiz folgt auch eine Reaktion und dann entsteht diese Verhaltenskette. Der Ehemann eben zieht sich zurück, die Frau nörgelt und beide meinen aus ihrer Sichtweise, sie haben recht. Und jetzt setzt sich fortgesetzt eine Kette in Gang, die wir gar nicht so schnell durchbrechen. Und manchmal durchschauen wir sie gar nicht so schnell, sondern merken, okay, jetzt läuft gerade wieder was völlig schief. Was ist denn überhaupt los? Was ist in meiner Ehe los? Warum habe ich diesen Mann überhaupt geheiratet? Es kommen dann auch schnell Vorwürfe zum Tragen. Man hat was Leckeres, gekocht und dann dann sitzt man am Mittagstisch und der Mann meckert. Hey, was ist das Grüne hier in der Soße? Kenn ich nicht. Und die Frau sofort dagegen. Wenn es dir nicht schmeckt, dann geh doch woanders zum Essen hin. Oh, aus einem leckeren Essen ist ein Streit entstanden. Sie hat ihn als vorwurfsvoll empfunden und ihn gleich mal abgewiesen. Wenn wir überlegen, wir sprechen 16.000 Worte ungefähr am Tag, wie oft kann dieser Reiz entstehen, den wir aussenden und eine Reaktion auslösen? Was ist die Folge? Falsche Entscheidungen, Ärger, Distanz, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, lass mich in Ruhe und wir gehen getrennt und nicht in Einheit. Das ist wieder eines dieser Missverständnisse, die eine Ehe einfach schwerer machen und überhaupt nicht sein müssen. Wir haben ein subjektives Empfinden von etwas und das darauf aufbauend entscheiden wir uns. Und genau dieses subjektive Empfinden, das brauchen wir, müssen wir sehr vorsichtig damit sein. Es gibt noch ein Beispiel von einem Ehepaar, das zusammen immer gefrühstückt hat und sich ein Brötchen geteilt hat. Er hat ihr liebevoll, weil er sie wirklich so sehr liebt. Immer das von ihm mehr geschätzte obere Teil der Semmel des Krosse, obere Stück der Semmel des Brötchens gegeben. Und nach vielen Jahren, nach vielen Jahren stellt er fest oder hört er, dass seine Frau viel lieber das untere Teil, das dünne gehabt hätte. Was für ein Missverständnis. So schade. Hätte nicht sein müssen. Wir denken, dass der andere das Gleiche denkt wie wir. Wie kommen wir da drauf? Er fühlt nicht genauso wie wir. Wir meinen aber, er fühlt genauso wie wir. Wir setzen da etwas voraus und gehen viel zu sehr von uns aus und denken viel zu wenig an den anderen. In der Kommunikationswissenschaft nennt man das eine Kommunikationsstörung. ich kenne das nicht. Also bei uns schaut das nie so aus. Und damit es bei niemandem so ausschaut, werden wir heute das Ganze durchbrechen und wieder Einheit sichtbar werden lassen. Jetzt erinnern wir uns an den Satz, den Watzlawick gesagt hatte. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe, bis ich die Antwort meines Gegenübers gehört habe. Okay. Und wie schaut jetzt dieser Weg zu Antworten aus? Wir sind in einem Wald und es geht das Gerücht um, dass der Bär eine Todesliste hat. Und sie sind alle ein bisschen aufgeregt. Und der Hirsch ist der Einzige, der den Mut fasst, jetzt zum Bären zu gehen und fragt ihn, Bär, steht mein Name auf dieser Liste? Ja, dein Name steht auf der Liste. Boah, der Hirsch trabt weg, ist ganz betüpert. und zwei Tage später finden sie ihn tot auf. Wow, jetzt bricht aber richtig die Angst aus in dem Wald. Die Tiere ganz aufgeregt, die Gerüchteküche brodelt nach oben und dem Keiler reißt der Geduldsfaden. Er senkt sich, jetzt ist Schluss und rennt zum Bären. Bär, steht mein Name auch auf dieser Liste? Ja, dein Name steht auch auf der Liste. Boah, Keiler zurück in den Wald. Zwei Tage später finden sie ihn tot auf. Und jetzt bricht richtig Panik aus im Wald. Alle rennen wirr herum und haben Panik. Sie wissen gar nicht mehr, was sie tun sollen. Der Einzige, der noch Mut hat, ist der kleine Hase. Er geht zum Bären, hoppelt er hin, schaut den Riesenbären an und sagt, du Bär, steht mein Name auch auf der Liste? Ja, dein Name steht auf der Liste. Du Bär, könntest du diesen Namen von der Liste streichen? Ja, kein Problem. Das heißt, wir fragen und wir fragen nicht einmal, wir fragen so oft, bis wir die Antworten haben, bis wir die Einheit haben und wir machen es wie dieser kleine Hase, mutig voran. Auf dem Weg zu antworten gibt es drei wichtige Punkte, die, wenn wir einhalten, das Gespräch auf jeden Fall leichter machen. Und es ist zum Einen, wir wiederholen, Stichpunkte, es macht es dem Anderen, der zuhört, leichter. Es kann aber auch der wiederholen, der zugehört hat und fasst einfach in Stichpunkten nochmal zusammen und dann sieht man schon, hat man jetzt ein Verständnis oder ein Missverständnis. Es ist ganz wichtig, dass wir da dran denken, genauso können wir immer wieder den Inhalt kurz zusammenfassen, wenn es ein langes Gespräch war und der eine erzählt schon eine halbe Stunde und kommt vom Hundertsten ins Tausendste, ja ich weiß jetzt nicht mehr so ganz genau, was er jetzt wirklich wollte. Also was mache ich, entweder ich fasse kurz zusammen, hast du das und das und das gemeint oder der andere macht es. Dann kann man beides machen und dann das Wichtigste, was wir gerade angeschaut haben, wir stellen Fragen. Wir fragen nach und wir fragen nicht nur einmal, sondern wir fragen, bis wir verstanden haben, bis wir eins sind. Vielleicht muss auch der andere dann nochmal was erklären. Wir lassen den anderen teilhaben am Gespräch im Sinne von Kommunikare und wir nehmen unseren Gegenüber immer mit. Wir schauen, wo steht er denn gerade? Ist er hier neben mir oder ist er irgendwo da hinten und hat Tschüss gesagt? Wir nehmen ihn mit. Damit wir, wenn wir etwas sagen, ein Luftballon, ein Luftballon bleibt und nicht zu einer Bombe wird, die irgendwann explodiert und dann wir die Scherben auf sammeln müssen. Wir nehmen unseren Gesprächspartner also mit, wir gehen nebeneinander und miteinander und schauen, wo der andere steht, kommunizieren, fragen nach und wir tun das, wofür Jesus gebetet hat, diese Herrlichkeit wirklich sichtbar werden lassen und bewegen uns zusammen in eine Richtung. Wir schauen auf einen Punkt in eine Richtung, auf eine Perspektive, wir schauen auf den Herrn, wir nehmen den anderen mit und während wir auf den Herrn schauen, gehen wir, bewegen wir uns auch in eine Richtung. Und jetzt kommt es natürlich manches Mal vor, dass wir kommunizieren mit uns selber. Also ich rede schon manchmal mit mir und habe auch ein bestimmtes Bild von mir, ich weiß nicht, ob ihr das alle kennt. Und da könnte auch ein Missverständnis auftreten. Man könnte sich fühlen wie der Lonesome Preacher oder die anderen denken, man ist der Lonesome Preacher und wundert sich, warum man nie zum Grillieren eingeladen wird. oder man fühlt sich doch als ein ganz lieber, netter Mensch und die anderen meinen, man ist so ein heißer, so ein bissiger. Ja, wer bin ich jetzt? Wo ist, jetzt haben wir ein Missverständnis. Oder du bist der, der immer kämpft gegen alles, fightet und immer nur in Abwehr bist. Alles austreibst, was Feindliches sich dir nähert und es muss befreit werden. Du bist immer der Befreier von allem. Sehen die Leute dich denn so, wie du bist oder haben wir das nächste Missverständnis? Und dann wird es schwierig, weil die anderen mit diesem Bild in das Gespräch reingehen und du möchtest etwas ganz anderes vermitteln. Also fragen wir den, der die Antwort kennt, wer wir wirklich sind. Doch ganz einfach und dann können wir uns selber auch wieder ein bisschen justieren und wir bekommen eine wunderbare Antwort in Markus 1, Vers 11. Du bist mein geliebtes Kind, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, an dem ich wohlgefallen habe. An dir habe ich wohlgefallen, an dir habe ich wohlgefallen, an dir habe ich wohlgefallen, du bist mein geliebtes Kind. In dem Moment kommt eine Authentizität in uns hinein, wir sind eins mit uns auch. Kein falsches Bild mehr nach außen, wir sind bei uns selber. Und jetzt verstehen die anderen dann auch, was du meinst, wenn du kommunizierst. Es ist nicht mehr eine Diskrepanz, ein Missverständnis zwischen dem Bild, das du gibst und dem, was du sagst. Und sie können dir folgen und das Ganze passiert ziemlich relaxed. Wenn wir kommunizieren, können sich an der Ehe auch schnell Fronten bilden. Der eine sagt etwas und man fühlt sich abgelehnt und man stößt hier so gegen eine Wand und diese Wand kann ich jetzt nicht durchbrechen, also gehe ich weg und dann bleibt Distanz. Und wieder geht es darum, die richtige Person zu fragen. Wir gehen zum Herrn, er ist Liebe. Er schaut uns an und mein Mann und ich machen das wirklich, wenn wir so eine Front vor uns haben und nicht mehr miteinander reden können, dann beten wir natürlich auch nicht miteinander. Und dann geht jeder von uns direkt zum Herrn und bringt direkt seine Gedanken, seine Fragen, seine Wut vielleicht auch und noch mehr Gedanken und Fragen zum Herrn. Und bei mir schaut es dann manchmal wirklich ziemlich heftig aus und ich sage, kann das denn sein, wieso überhaupt und ich verstehe das überhaupt nicht und kannst du mir jetzt einmal helfen bitte? So nicht, was soll ich jetzt tun? und ich bete nicht, Herr, verändere meinen Mann, denn das bringt nichts. Der Herr verändert uns oder er gibt uns die Antwort und jetzt haben wir, ich glaube, alle viel gehört, wir verändern uns oder wir werden verändert. Der Herr hat eine viel einfachere Lösung. Es ist so easy, so voller Gnade und so relaxed. während ich hier nach oben schimpfe, Fragen stelle, wütend bin, schickt der Herr eine einzige Antwort zurück. Es ist seine Liebe, die auf einmal wie ein Wasserfall in mich reinkommt und ich bin wieder verliebt, wieder wie am ersten Tag. Und bei meinem Mann passiert dasselbe. ohne dass wir zusammen beten und ohne dass wir jetzt gerade miteinander reden und ohne dass wir mordsmäßig an uns gearbeitet haben oder sowas, gehen wir völlig verliebt wieder aufeinander zu und wir haben wieder diese Einheit und jetzt stellt euch vor, ein Problem ist da gewesen, wir konnten es nicht lösen und wir erleben, wie wir dann jedes Mal auf eine so leichte Art die Probleme lösen können. Es ist keins mehr. Es ist eine Herausforderung, wir finden eine Antwort und wir können in diesen Weg gehen. Bis zum nächsten Mal, bis wieder die Front da ist und ich wieder zum Herrn marschieren muss. Ich glaube mit dieser Liebe, auf die können wir vertrauen, die hilft uns in der Kommunikation in der Ehe und sie gibt uns diese Einheit zurück. Und es ist das Beste und Wunderbarste was wir erleben dürfen und wenn wir dann untereinander reden und immer wieder daran denken, dass wir den anderen mitnehmen auf die Gesprächsreise und Fragen stellen, zusammenfassen und wiederholen, die Einheit leben, die wir schon in uns haben, die Herrlichkeit leben, dann können wir wunderbar kommunizieren. Und dann sind wir wie das Wort, wir kommunizieren etwas, das was bewirkt und zwar Grace wird sichtbar, Jesus wird sichtbar und das ist doch das was wir alle wollen. Amen. Der Herr antwortet uns immer in seiner Liebe. Ist das nicht gewaltig? Das ist seine Antwort, dass er uns in seiner Liebe die Antwort gibt, weil das ist was vom Thron Gottes fliesst. Ich glaube es liegt doch nur an dem, dass wenn ein Konflikt ist, so wie sie es beschrieben hat, in einer Ehe, dann fühlt man sich vielleicht nicht gleich so, dass man ins Gebet gehen würde oder ins Gebet gehen will oder möchte, aber es ist doch schlussendlich oftmals einfach das, was das Beste, was man tun kann. Dort ist die Antwort immer Gottes Antwort von der Liebe. Als Ehepartner bin ich davon überzeugt, dass wir wenn wir in einer Ehe sind, dass wir vor allem ein grosses und starkes Bewusstsein mit herumtragen müssen. Okay? Also das heisst, ein hauptsächliches Bewusstsein, das wir haben sollten in einer Ehe, in der Beziehung zwischen mir, meinem Ehepartner und Gott, also in diesem Triangel, also in dieser Dreierbeziehung, sollte ich ein grosses Bewusstsein mit herumtragen. Und ich glaube, das ist so entscheidend, wenn ich dieses Bewusstsein habe, mit dem durchs Leben gehe, dann wird vieles, vieles, so viel einfacher. Und es ist simpel und einfach, das konstante Bewusstsein zu haben, dass ich für meine Seite, nicht für die Seite meines Partners jetzt in erster Linie, ob schon das genauso auch für den Partner gilt, aber dass ich unter einem konstanten Wasserfall von Gottes Vergebung stehe. Dass ich unter einem konstanten Wasserfall bin von Gottes Reinigung. Halleluja. Dieses Bewusstsein mitzutragen und dieses Bewusstsein mit herumzutragen, dass Gott mir konstant vergibt. Die Dinge, die ich nicht richtig mache, die Dinge, die ich vielleicht falsch angehe, dieses Bewusstsein ist so wichtig. Denn siehst du, wenn wir dieses Bewusstsein nicht haben, dass wir unter einem konstanten Wasserfall von der Reinigung und vom Blut Jesu stehen, wenn wir dieses Bewusstsein nicht mit herum tragen, dann beginnen wir, uns auf den anderen zu konzentrieren. Du musst dich ändern. Wir beginnen am anderen herumzunörgeln und wir sagen am anderen, was er zu tun hat, weil wir suchen die Schuld beim anderen, wenn wir kein Bewusstsein haben, dass Gott uns konstant vergibt, konstant reinigt. Jede Minute, jede Sekunde im Tag, stehe ich unter dem Wasserfall der Vergebung. Und wenn du dieses Bewusstsein aufrechter hältst, dann ist es so viel einfacher, deinem Ehepartner zu vergeben. in den Momenten, wo die Dinge nicht einfach stehen, in den Momenten, wo du loslassen musst, in den Momenten, wo du vergeben musst, in den Momenten, wo du vielleicht Dinge einfach stehen lassen musst. Wenn du ein ständiges Schuldgefühl mit herumschleppst, ein ständiges Gefühl, ein Schuldkomplex Gefühl, dann projizierst du das auf deinen Partner und findest ihn immer als Schuldigen. Wenn du selber Schuldgefühle hast, dann überträgst du das auf den anderen und du findest Schuld und Fehler im anderen. Wenn du aber ein konstantes Bewusstsein hast von Gottes Gnade, von Gottes Vergebung und von Jesus, dann überträgst du auch das auf den anderen. Wann sind wir unter Grace? Simpel und einfach. Hier ist der Test. So kannst du testen. So kannst du deine Temperatur messen. Wie stark bist du unter Grace? Simpel und einfach. So misst du diese Messwert. So misst man es. Hast du ein Bewusstsein mehr, dass Gottes Gunst in deinem Leben ist? Oder hast du ein Bewusstsein, dass du dir Gottes Segen verdienen musst? Welches Bewusstsein ist mehr da? Ist das Bewusstsein da, dass du wirklich unter seiner Gunst stehst? Gunst stehst, so wie du bist? Oder ist das Bewusstsein da, dass du noch etwas dafür tun musst, bevor er etwas tun kann? das das der Messer von Gottes Gnade und deswegen sage ich, das ist so so wichtig, dieses Bewusstsein mit herum zu tragen, dass du konstant unter seinem Wasserfall der Reinigung bist. Das ist 1. Johannes 1, Vers 7. Diese Stelle ist so wichtig, in einer Ehebeziehung, denn diese Stelle hier zeigt uns auf, dass etwas andauernd geschieht. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, siehst du, Jesus ist im Licht und wenn wir in Jesus sind, sind wir auch im Licht. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Das passiert gerade jetzt in deinem Leben. Weil das Wort reinigt uns, aller Sünde ist gerade jetzt aktiv. Im Griechischen ist das in der Gegenwart gerade jetzt aktiv. Das heisst, das ist nicht eine vergangene Handlung, es ist auch nicht eine zukünftige Handlung, sondern es ist eine gegenwärtige, andauernde, lineare Handlung. Das ist etwas, das gerade jetzt passiert. Wenn wir beginnen mit diesem Bewusstsein zu leben, dass das gerade passiert, weil jeder von uns hat Ecken und Kanten. Stimmt's? Einige mehr, andere weniger. Jeder von uns hat Ecken und Kanten. Jeder von uns hat seine Eigenheiten, die dem anderen nicht immer zum Nutzen dienen. Das ist der Punkt. Die dem anderen nicht immer zum Vorteil dienen oder zum Nutzen dienen. Und so schnell können wir uns ständig selber infrage stellen. Besonders Frauen sind in diesen Dingen gut. Indem sie sich ständig fragen, was mache ich nicht richtig? Was habe ich falsch gemacht? Was könnte ich besser machen? Wo sollte ich verbessern, dass es meinem Mann besser geht? Was kann ich besser machen? nicht das ansprechen, weil ich weiss genau, wie er reagiert. Und wenn wir dieses Bewusstsein haben, dann leben wir die konstant ist, aber die vor allem und zu aller erst verstanden werden muss, nicht im Leben des Anderen, sondern in meinem Leben. Jesus bringt nicht viel, wenn du deinem Mann sagst, der Herr hat dir vergeben. Glaube es für dich selbst. Okay? Okay, ich weiss, dass du so und so bist und ich kenne deine Macken, aber weisst du, der Herr hat dir vergeben. Nein, für dich musst du es nehmen, weil wenn du es für dich nimmst, dann reagierst du auch so gegenüber dem Anderen. Es ist immer so, unter dem, was wir stehen, das projizieren wir auf andere oder wir führen andere dort hinein. Unter dem, wo wir sind, entweder projizieren wir das auf andere oder wir führen andere in diese Richtung mit hinein. Wenn wir jetzt also unter einer Vergebung stehen, die uns bewusst ist, dann sehen wir das auch im Anderen. Dann sehen wir, wenn er einen Fehler macht, dass nicht nur ihm, sondern auch mir ist, bereits vergeben. Und wir führen unsere Beziehung dann konstant in Vergebung mit hinein. Eine Beziehung sollte leben von Vergebung, stimmt's? Eine Beziehung sollte leben von Vergebung, denn das ist, was er uns sagt im Epheser, im vierten Kapitel. Epheser viertes Kapitel, Vers 31, diese Stelle noch, Epheser vier, Vers 31, Alle Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Dann der nächste Vers. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, siehst du, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Das kommt zuerst. Das kommt zuerst. Der letzte Teil, kommt zuerst. Das gleich wie kommt zuerst. Und dieses gleich wie, weil es unter dem neuen Bund zuerst kommt, ist es dort, wo ich zuerst ansetzen muss, meine Vergebung zu sehen. Das Blut Jesu reinigt mich konstant, andauernd und linear, immer wieder, jeden Tag, jeden Tag. Und wenn ich das sehe, dann kann ich gegen den anderen freundlich sein, barmherzig sein und vergebend sein. Aber wenn ich das Gefühl mit herumschleppe, schuldbeladen zu sein, projiziere ich das auf den anderen. Wenn ich selber schuldbeladen das Gefühl habe, dann sehe ich einen Haufen Fehler im anderen. Dann sehe ich einen Haufen Schuld in anderen Leuten. Einen Haufen Schuld. Das sollte nicht sein. Das passiert immer wieder, auch in christlichen Kreisen. Das passiert immer wieder, dass Menschen das auch von uns behaupten. Menschen behaupten das von mir, dass sie Fehler sehen, dass sie dies und das sehen. Und so kritisieren sie dieses wunderbare Evangelium der Gnade. Aber das ist selber, weil sie selber sich nicht reinsehen. das ist, weil sie selber sich oder mit sich selber nicht im Reinen sind, weil sie selber noch so viele Schuldgedanken mit herumschleppen, können sie oftmals das Wort der Gnade gar nicht akzeptieren, weil sie denken, das ist zu gut, um wahr zu sein. Menschen, die dieses Gefühl von selber schuldig sind, niemals ablegen können, werden das auf andere projizieren und dann vor anderem auch andere kritisieren, die eine solche Botschaft predigen, wie das wunderbare Evangelium der Gnade. Lasst uns unter Grace kommen. Und wenn Ehebeziehungen das verstehen, konstante Vergebung, dann wird das einen ganz anderen Lauf nehmen in Zukunft. Einen ganz anderen Lauf, weil du das richtige Image von dir selber hast, die richtige Perspektive von dir selber hast. Halleluja. Unsere Gütigkeit kommt nur aus ihm heraus. Wir können das nie von uns selber produzieren. Wir Menschen versagen, wenn wir gut sein wollen. Aber wir können gut sein, weil wir selber mit uns im Reinen sind. Weil wir selber wissen, Gott ist gut zu uns. Weil wir selber wissen, was Gott für uns getan hat. Halleluja. Das ist der allerwichtigste Aspekt von meiner Seite her, dass du das beginnst. 1. Johannes 1,7 The Waterfall of Forgiveness. Der Wasserfall der Vergebung in deinem Leben. Du stehst darunter. Halleluja. Praise the Lord. Nun, lasst uns zusammen aufstehen, wollen wir dem Herrn danken für die gute Zeit, die er uns gegeben hat. Er hat uns in den letzten Wochen einiges mitgegeben, dann letzte Woche auch für Kinder, unsere Kinder und Kindererziehung, falls du nicht hier warst. All diese Predigten kann man jetzt abrufen, über die Internetseite, downloadbar. Einfach einige Tipps. Gestern waren, letzten Sonntag waren Susanne und ich, meine Frau und ich hier oben und haben einfach einige Tipps und praktische Tricks und Tipps gegeben zur Kindererziehung. Und wenn du nicht hier warst und mittendrin bist in der Erziehungsphase, mittendrin bist, dann schaust dir an. Es ist einfach gut, was uns der Herr einfach gezeigt hat, auch letztes Mal. Wir müssen entspannt sein. Das ist, was wir lernen müssen, sehr, sehr viel entspannt sein in unserem Leben. Denn unsere Kinder sind unter dem Schutz des Herrn. Wir können das machen, was wir wissen. Wir können so weiter ziehen, wie wir wissen, was recht ist. Aber schlussendlich in Kindererziehung vertraue dem Herrn. Trust the Lord. Halleluja. Vertraue dem Herrn, dass sie mit 18, mit 20, mit 25, mit 30, dass es gut mit ihnen kommt. Amen. Thank you, Jesus. Vater, wir preisen dich und wir danken dir, dass du uns bereichert hast mit diesen Dingen. Wir wollen immer ganz praktisch sein und praktisch bleiben, Herr. Danke, dass du uns auch im Alltag immer wieder die Augen öffnest, wie praktisch wir sein können und wie praktisches wir von dir empfangen können. Du bist an jedem Detail unseres Lebens interessiert. Du bist an unserer Ehe interessiert. Du bist daran interessiert, wie wir unsere Kinder aufziehen. Du hilfst uns dabei, du hilfst in unserer Ehe, du hilfst in unserer Kommunikation, du hilfst, wie wir miteinander umgehen, miteinander sprechen. Du hilfst uns in diesen Dingen und für das sind wir dir einfach dankbar. Danke, Herr, für all die Inputs, die du uns gibst und ich bitte dich auch für Inspirationen während der Woche im Alltag. Danke, Heiliger Geist, dass du zu den Menschen, zu den Ehepartnern, zu den Ehen sprechen wirst, individuell dort, wo sie sind, dort, wo sie stehen, sprich zu ihnen, sprich zum Mann, sprich zur Frau, gib ihnen immer wieder diese frischen Impulse, sodass die Ehe wirklich immer aufs Neue bereichert wird, denn mit dir wird es nie langweilig, mit dir wird es nie ausgebrannt, sondern mit dir wird es immer frisch und lebendig sein. Halleluja. Thank you, Jesus. Wir segnen die ganze Versammlung, wir segnen jeden Einzelnen, in Jesus' name, Amen. Amen.